Die Aare Seeland Mobil begrüßt Sie in der S12 nach St. Urban Ziegelei. Nächster Halt Langenthal Gaswerk Nächster Halt auf Verlangen Langenthal Gaswerk Nächster Halt auf Verlangen Langenthal Industrie Nord Nächster Halt auf Verlangen Kaltenherberg Nächster Halt auf Verlangen Rockwilschmitten Nächster Halt Rockwildorf Nächster Halt auf Verlangen Rockwildbuch Egerton Nächster Halt St. Urban Nächster Halt St. Urban Ziegelei Endbahnhof Die Aare Seeland Mobil bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen Die Aare Seeland Mobil begrüßt Sie in der S12 nach Langenthal Nächster Halt St. Urban Nächster Halt Langenthal Endbahnhof Die Aare Seeland Mobil bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen Nächster Halt